Miene, Miene. Da drüben ist noch einer. Ja, ist auch ein Mist, aber auch. Ja, 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 komm her. Komm her. Sehr gut. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Geht weg. Aber ich mag keiner. Boah. So, jetzt aber. Boah. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel sein könnte. Das Problem ist, es sind zu viele Zombies, ich muss mich hier erstmal konzentrieren. Zweitens, ich labere dann trotzdem zu viel. Und drittens, ich muss dann immer wieder Munition wechseln. Äh, Waffe wechseln, meine ich. Wieso Munition überhaupt? Und das ist das Problem. Atom ist nicht richtig schwer. Du sagst jetzt nichts mehr. Nein, nein, nein. Du hast jetzt Verbot. Auf jeden Fall. So, hier sind noch welche. Genau, nachladen. Ich hab nicht mehr viel. Aber es müsste reichen. Hier noch. Genau. Hier auch noch. Boah. Ich krieg genügend Kohle. Das ist schon mal wichtig. Oh, ne, ne, ne. Boah. Sehr gut, da kommt noch einer, oder? Ja. Genau. Sehr gut. Und zwar nur nicht alle. Definitiv. Nein. Das wäre ein bisschen zu schnell. So, hier erstmal ein bisschen die Autos hier plündern. Okay, gut zu wissen. Falls ich hier starke Probleme kriegen sollte. Und mein Leben geringer wird. Hier sind wieder neue Zombies. Nachladen wieder. Wann ist jetzt alle? Wann ist jetzt alle Zombies? Hallo? Wo geht's denn überhaupt jetzt hier weiter? Ah, da geht's weiter. Okay. Ne. Da muss ich jetzt tatsächlich durch. Oh. 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 Natürlich. Ah, Mann. Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt habe ich schon die Hälfte verloren. Die Hälfte. Boah. Ärger mich natürlich. Ich hoffe jetzt auch, dass ein Speicherpunkt oder so kommt. Weil das wäre jetzt ein Problem natürlich. Wenn mega viele Zombies kommen. und ich schon die Hälfte meines Lebens verloren habe. Oben. Das wäre auf jeden Fall nicht gut. Aber sehr gut. Medikit wieder. Dankeschön. Das habe ich sogar komplett. Ich hatte sogar eine Waffe. Der schießt ein bisschen rum. Okay. Boah. Nein, 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 nein. Oh, nein. Du. Ich gehst jetzt hier weg. Auf jeden Fall. Boah. Kommt da noch einer? Nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, nein. Von hinten. Natürlich. Immer wieder von hinten. Ich habe wieder ein bisschen was verloren. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht leicht. Und das ärgert mich auch schon wieder. Habe ich das geschafft? Nee. Glaube ich nicht. Kontrollpunkt. Okay. Das war jetzt richtig schwer. Es gibt hier einen Kontrollpunkt. Aber es bedeutet. Keine Waffen nachladen und so weiter. Und das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall. Aber damit muss ich leben. Wo denn, wo denn? Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Boah. Ich verbrenne dich auch mal ein bisschen. Weil es natürlich okay ist. Aber nicht. Lass es natürlich auch sein. Nein. Boah. Nein. Nein, 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 nein. Aber der bleibt. Hängen. Boah. Nein. Ja, jetzt wird es eng. Ja, jetzt wird es eng. Das bedeutet, alles nochmal zu machen, wäre nicht so gut. Hier ist Medikit. Sehr gut. Ich habe doch ein bisschen Hoffnung. Nein. Klappe. Klappe. So. Ja, es funktioniert bis jetzt sehr gut. Ah, nein, es gibt immer noch welche. Ich habe schon gedacht, es ist schon fast enden. Schön wäre es natürlich. Okay, okay. Ein bisschen konzentrieren jetzt wieder. Ich muss den jetzt auf jeden Fall töten. Das gibt es nicht. Es geht nicht anders, meine ich. Hier. Nein. Was mache ich denn? So, der ist tot. Sehr gut. Jetzt aber, jetzt aber. Jetzt habe ich wieder Munition. Ein bisschen zumindest bekommen. Das freut mich schon mal. Ein Läufer. Er ist tot. So, hier wieder. Dankeschön. Ein bisschen Geld wieder rausstauben. Hier auch noch. Wenn es geht. Nein, nein. Ah, natürlich. Was? Hat es sich gerade irgendwie verwandelt? Oder habe ich es jetzt ganz falsch gesehen? So, jetzt. Komm. Und das war es. Das war es jetzt anscheinend. Boah. Ich möchte irgendwo jetzt alle zum Mist töten. Ich weiß, ich könnte reingehen. Nein, ich habe gerade nicht. Nein. Ich habe es mir doch anders überlegt. Boah. Okay. Ich mache hier eine kleine Pause. Ich hoffe es. dass ich es hier weiter schaffe. Obwohl. Soll ich weiter noch machen? Nee, komm. Ich mache weiter. Aus dem Grund. Aus dem Grund, wenn ich Angst habe, dass ich alles normal machen muss. Und es ist eigentlich jetzt richtig schwer war für mich. Also, ich fand es mega schwer. Ich mache jetzt weiter bis zum Missionende natürlich. Meine Klingkanone könnte ich jetzt auch noch kaufen. Hier habe ich eigentlich nur gar nicht verwendet, ne? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Hier auf jeden Fall Granaten. Werde ich auf jeden Fall kaufen. Minen auch. Sehr wichtig. Denn damit auch noch zwei. Habe ich immer noch so viel übrig. Okay. Ich überlege jetzt gerade. Ob ich hier. Inventar. Sprengkraft. Komm mal. Komm mal. Sprengkraft. Und hier Inventar. Normal. Dann passt es ja auch wieder. Auf jeden Fall. Ich mache hier wieder weiter. Boah. Und dann schon Leben verloren. Fängt schon das wieder an. Das glaube ich jetzt nicht. Boah. Okay. 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 Kommt her. Kommt her. Und flüchten. Genau. Jetzt auf die Seite. Ah. Bleib dort. Ich höre was. Ich höre was. Das gefällt mir nicht. Ja. Nein. Oh Gott. Es will. Nein. Genau. Boah. Ich weiß jetzt nicht. Wo ich genau. Hier alles hin. Schmeißen soll. Versuch mal in die Richtung. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Euch mal ein bisschen abfucken. Nachladen. Komm. Geh halt dich. Geh halt dich. Noch einer. Jetzt geht es hier aber ab. Jetzt geht es hier ab. Nein. Geh weg. Geh halt weg. Hier ist noch einer. Nein. Ich muss mich da jetzt mega konzentrieren. Ich habe zwar nicht mehr viel Leben. Aber jetzt habe ich wieder einigermaßen. Ich sehe gerade noch Medikit. Hier. Jetzt wird es aber mega schwer. Das bedeutet. Was ich auch am meisten glaube. Dass es jetzt am Ende zugeht. Was ich das Spiel fast durchgespielt jetzt habe. Das glaube ich jetzt zumindest. Hier. Komm. Granate nochmal. Ich hoffe ja dass es nicht mehr lang geht. Hier oben hängt einer. Auch nicht schlecht. Kann er ein bisschen chillen hier. So. Hier noch. Habe ich ein paar noch an der Backe. Treffe ich die überhaupt? Überhaupt. Jetzt schon. Medikit. Ganz kompletto. Freut mich doch immer wieder. Da kann ich rein. Da will ich eigentlich nicht rein. Wenn ich ehrlich bin. Oder habe ich da jetzt keine Wahl. Und dass ich da jetzt rein muss. So. Jetzt aber. Wie lange nehme ich schon auf? 25 Minuten. Das macht mich auf jeden Fall fertig. Okay. Okay. Nochmal. Jetzt aber. Und bam. Nein. Jetzt aber. Nachladen. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Kommt da noch einer? Ja. Da kommt noch einer. Definitiv. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt. Ich habe schon ein bisschen wieder Leben verloren. Ist mir aufgefallen. Nein. 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 Nicht rein. Nicht rein. Nicht rein. Nicht rein. Nicht rein. Nicht rein. Genau. Hat aber doch noch geschrien. Granate. Zusätzlich noch. Geht es jetzt hier weiter. Hoch. Okay. Ich denke jetzt war es, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe schon was anderes gedacht. Und natürlich werde ich das nicht alleine verbringen. Da werden auf jeden Fall noch Zombies kommen. Und das auf jeden Fall. Und der halbe Zombie flutscht schon hier weg. Und kann jetzt baden gehen. Oder er schwebt weiter. Auch nicht schlecht. Hoffentlich war es das jetzt auch. Und das macht mich auf jeden Fall fertig. Okay, die dürfen mir eigentlich ja nicht stören. So, jetzt kommt. Ah. Habe ich den noch bekommen? Ich denke schon. Boah. Ich muss mal kurz ausschnaufen. Dass ich mich fertig mache. Einfach das Spiel. Und dann habe ich noch ein Spiel aufgenommen. Das macht mich jetzt schon ein bisschen fertig. Auf jeden Fall. Das geht hier ziemlich langsam. Das war ja klar. Dass ein Zombie hier hochkommt mit der Zeit. Aber die Frage war natürlich wann. Kann ich hier ein bisschen chillen. Ist ja auch nicht schlecht. Nein. Die werde ich auf jeden Fall brauchen. So, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Da ist ein Läufer. Nee. Der hat jetzt so viel Schaden gemacht. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn jetzt nochmal ein Läufer kommt. Das habe ich schon fast die Hälfte weg. Okay, okay, okay. 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 Nein. Okay, ich gehe mal auf die Seite. Ja, ja. Passt, passt. Nein. Passt. Jetzt. Ah, weg mit euch. Kann ich mal schön nachladen. Ich weiß gar nicht, wie lang das hier überhaupt noch geht. Also jetzt die Fahrt zumindest. Okay, wieder solche. Die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Die tun mir ja nichts. Da kommt ja nichts an. Natürlich, natürlich. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, okay. Nur noch. Es kommt auch noch einer. Der Rest kommt wahrscheinlich nicht mehr auf der Plattform. Oder? Ja, natürlich. Hätte ich auch denken können. Dankeschön, dankeschön, dass ihr alle hier reinkommt. Seid alle herzlich willkommen. So, hier. Ja, das muss jetzt auf jeden Fall eine Schlacht wieder werden. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Weil die Minen bald nicht mehr... Kommt doch her. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ein bisschen herlocken. Ah, da sind noch welche. Aber nicht mehr so viele. Ich habe die Mission geschafft. Yeah. Boah, ich habe die Mission geschafft. Ja, endlich. Boah. Es gibt noch Missionen.